Musik Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind hier wieder einmal bei meinem DVD-Schrank. Aber euch sollte aufgefallen sein, dass meine Anime-DVDs irgendwie nicht mehr da drin sind. Naja, die habe ich jetzt kurzzeitig mal rausgenommen, um euch meine anderen DVDs zu zeigen. Also jetzt keine Disney-Zeichentrick-Filme und auch keine Anime, sondern einfach alles, was ich sonst noch so habe. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an. Als erstes hätten wir hier eine sehr coole Serie. Das ist eigentlich meine Lieblingsserie, also, naja, Realserie halt. Und zwar heißt die Once Upon a Time. Da geht es halt um Märchenfiguren, die in unserer Welt gefangen sind, aber nicht wirklich wissen, dass sie Märchenfiguren sind. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr coole Serie. Und umfasst mittlerweile, glaube ich, vier Staffeln. In Amerika gibt es auch, glaube ich, schon die fünfte. Und ja, das hier ist die erste Staffel. Und dann habe ich auch noch hier die zweite. Die dritte wollte ich mir auch schon fast mal kaufen, aber die ist im Moment noch ziemlich teuer. Deswegen warte ich damit noch ein bisschen. Ja, die Serie ist auf jeden Fall richtig cool. Wie schon gesagt, es ist meine Lieblingsrealserie. Weil da sind einfach so viele Storytwists drin, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Und die Charaktere sind auch einfach nur cool. Dann geht es hier weiter mit einem Disney-Realfilm. Und zwar heißt der Duell der Magier. Der kam auch in meiner Top 10 Spielfilmliste vor. Und der ist nämlich ziemlich cool. Der ist auch sehr witzig. Und ja, es geht halt um einen Jungen, der wird quasi ein Zauberlehrling. Das wäre so die Kurzfassung davon. Genau. Und dann kommen jetzt so ein paar Zeichentrickfilme. Als erstes mein absoluter Lieblingszeichentrickfilm, wenn man jetzt mal von Anime und Disney weggeht. Spirit der wilde Mustang. Habe ich in meiner Kindheit auch öfters mal gesehen. Und der ist einfach nur der Hammer. Also wer den nicht kennt, der sollte sich den Film unbedingt mal anschauen. Das ist quasi so ein Wildwest-Film, aber aus der Sicht von Pferden. Aber das Ganze ist nicht wirklich kitschig, wie man jetzt vielleicht denken mag. Sondern es ist einfach nur ein richtig cooler Film. Dann auch ein Film, den ich in meiner Kindheit sehr oft geschaut habe. Das letzte Einhorn. Awww. Auch wenn der Zeichenstil vielleicht etwas veraltet ist. Naja, der Film ist ja auch schon etwas älter. Der Film ist einfach nur wunderschön. Und ich könnte jedes Mal am Ende so heulen. Weil es einfach, naja, so schön ist. Also, den Film sollte man auch gesehen haben. Und dann habe ich hier noch Anastasia. Den Film habe ich jetzt in meiner Kindheit nicht ganz so oft geschaut. Aber doch des öfteren Mal. Und der ist auch wunderschön. Ich habe jetzt hier nicht wirklich so viele Zeichentrickfilme, die nicht Disney sind. Aber einige schon. Und das sind dann aber wirklich nur die richtig coolen. So wie der hier zum Beispiel. Und das geht hier auch gleich weiter mit einer ganzen Filmreihe. Und zwar Twilight. Hier ist Film Nummer 1. Film Nummer 2. Der dritte Film. Der vierte. Und der letzte. Also, ich habe das auch schon mal in einem anderen Video von mir angesprochen. Ich finde Twilight sehr cool. Es ist jetzt nicht meine Lieblingsfilmreihe. Aber es ist doch eigentlich sehr schön. Naja, es ist jetzt auch ein bisschen kitschig. Aber es gibt auf jeden Fall auch sehr coole Action-Szenen. Und dann geht es hier hinten weiter mit einem weiteren Disney-Film. Und zwar Alice im Wunderland. Es ist quasi sowas wie die Fortsetzung des Disney-Zeichentrickfilms. Und ich finde den auch sehr cool. Auch wenn die Story jetzt vielleicht nicht ganz so spektrakulär ist. Und auch etwas vorhersehbar. Die Charaktere sind einfach nur cool. Und auch die Special Effects. Und auch die Special Effects lassen nichts zu wünschen übrig. Dann geht es hier weiter mit Rute. Shit Happens Volume 2. Also, Ralf Rute ist so ein deutscher Cartoonist. Und er macht auch YouTube-Videos. Und er macht auch Musik. Und er macht einfach alles. Und er ist einfach nur so unglaublich witzig. Egal was er macht. Es ist einfach cool. Und deshalb habe ich mir hier diese DVD von ihm gekauft. Und da sind einfach einige Sketche von ihm drauf. Die er im Internet veröffentlicht hatte. Oder auch einige, die er noch nicht veröffentlicht hatte. Die also praktisch nur auf dieser DVD drauf sind. Ja, ich finde die DVD auch sehr schön. Aber ich habe sie jetzt eigentlich auch nur gekauft, um ihn so ein bisschen zu unterstützen. Und dann geht es hier weiter mit einem absoluten deutschen Comedy-Klassiker. Der Schuh des Manitou. Sogar die zwei Disks-DVD-Dischen. Yay! Ach ja, der Film ist einfach nur der Hammer. Manche mögen ihn zwar nicht lustig finden, aber ich finde ihn sehr lustig. Den sollte man auch auf jeden Fall gesehen haben. Und dann geht es hier weiter mit einem weiteren Fantasy-Film. Und zwar Tintenherz. Das Buch dazu habe ich jetzt nicht gelesen. Aber den Film habe ich gesehen, natürlich. Und der ist auch sehr cool. Ich mag die Geschichte. Dann geht es hier weiter mit der König und ich. Das habe ich auch schon mal in einem Video von mir angesprochen. Da geht es halt um diese Lehrerin, die nach Siam kommt, um dort die Kinder des Königs zu unterrichten. Ja, allerdings gibt es da so ein paar kleine Auseinandersetzungen zwischen ihr und dem König. Ich finde den Film auch sehr süß. Er ist halt jetzt eher für Kinder. Aber er ist ziemlich niedlich. Und dann geht es hier weiter mit der Goldene Kompass. Ja, und da hinten fällt schon wieder alles um, wie wir es kennen. Also, der Goldene Kompass finde ich auch richtig cool. Ich habe auch die Bücher gelesen, zumindest so bis zur Hälfte. Also den ersten Band und dann auch, glaube ich, den halben zweiten Band. Aber dann wurde es mir irgendwie zu langweilig. Also nicht, dass jetzt die Geschichte langweilig gewesen wäre, aber irgendwie, naja, hatte ich dann keine Lust mehr weiterzulesen. Der Film ist auf jeden Fall auch sehr schön. Und ich finde es ziemlich schade, dass die anderen beiden Teile nie als Film produziert worden sind. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Wobei ich das eher für unwahrscheinlich halte. Dann Asterix und Obelix Mission Cleopatra. Den Film habe ich früher auch ziemlich oft geschaut. Und ich finde ihn ja eigentlich auch ganz cool. Ist halt auch witzig. Aber ist jetzt nichts so ganz Besonderes. Und dann, guck, es ist quasi so eine Fortsetzung von Peter Pan, wo Peter Pan schon erwachsen ist und dann nochmal ins Nimmerland kommt. Finde ich auch ganz schön. Ist jetzt auch nicht so spektakulär. Aber, ja, ist ganz nett. So, jetzt kommen wir zu einigen Disney Channel Serien und Filmen. Denn ich war früher ein ziemlich großer Disney Channel Fan. Also von diesen Realserien, die in meinem Disney Channel gekommen sind. So Zack und Cody, Hannah Montana, Zauberer von Waverly Place. Ach ja, das habe ich einfach früher so geliebt. Und ich habe eigentlich nichts anderes angeschaut. Naja, und deswegen habe ich hier auch einige DVDs davon. Zunächst mal haben wir hier einen etwas neueren Disney Channel Film. Und zwar Teen Beach Movie. Da geht es eben um diese beiden Jugendlichen, die man hier auch schon so schön auf dem Cover sieht. Und die surfen halt sehr gerne. Aber werden bei einem riesigen Sturm von einer Welle verschluckt. Und als sie wieder aufwachen, sind sie plötzlich in einem Film der 50er Jahre. Aber, ja, ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Es ist jetzt nicht die neueste und krasseste Story Idee ever. Weil sowas gab es ja eigentlich schon öfters. Aber ich finde es eigentlich ziemlich cool. Und ist auch nett gemacht. Dann haben wir hier die Zauberer von Waverly Place, der Film. Die Zauberer von Waverly Place habe ich früher auch sehr gerne geguckt. Weil ich wollte als Kind auch immer zaubern. Und es war auch immer sehr lustig. Aber mittlerweile schaue ich es eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich hier noch Staffel 1 von den Zauberer von Waverly Place. Wie schon gesagt, ich mochte die Serie früher sehr gerne. Ja, die erste Staffel ist jetzt nicht die beste. Aber ich will die Waverly jetzt auch nicht verkaufen. Denn es erinnert mich einfach so an meine Grundschulzeit. Dann haben wir hier die Highschool Musical Reihe. Ja, Highschool Musical ist jetzt zwar Romance, was ich manchmal eigentlich eher langweilig finde. Aber das ist schon sehr gut gemacht. Und vor allem liebe ich auch Musicals. Und deswegen mag ich diese Filme eigentlich auch. Also das hier ist der erste Film. Und dann noch der zweite in der Extended Edition mit so einem coolen Glitzer Cover. Und dann auch noch der dritte. Ja. Wie schon gesagt, eine sehr schöne Filmreihe. Sollte man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Aber wenn ihr es nicht mögt, wenn ein Film gesungen wird, dann schaut euch lieber doch nicht an. Und jetzt kommt Hannah Montana. Oh mein Gott, ich war früher der größte Hannah Montana Fan überhaupt. Das hier ist jetzt Hannah Montana, der Film. Da war ich damals auch im Kino, als der gelaufen ist. Und ich fand es halt eigentlich schon ziemlich cool. Ich finde es heute auch immer noch cool. Der Film ist schon sehr gut gemacht. Und er ist auch ein bisschen anders als die Serie. Das finde ich schön. Weil es ist jetzt dieses Mal so ein bisschen leicht tiefgründiger. Es ist natürlich immer noch lustig. Dann haben wir hier Hannah Montana, die komplette erste Staffel. Die komplette zweite Staffel. Die dritte Staffel. Und dann noch die vierte Staffel. Also ihr seht schon, ich habe praktisch alle Folgen. Die es von Hannah Montana jemals gab. Und ja, ich habe es früher einfach so geliebt. Weil ich wollte immer eine Sängerin sein. Genau wie sie. Und ich fand die Geschichte halt einfach auch total toll. Dass sie immer diese Perücke nimmt, um sich als Star zu verkleiden. Damit halt einfach niemand weiß, wer sie in Wirklichkeit ist. Ach ja. Mittlerweile finde ich Hannah Montana jetzt nicht mehr ganz so toll. Aber früher. Es war früher einfach mein Sailor Moon. Muss ich jetzt mal sagen. Dann habe ich hier auch noch was von Hannah Montana. Und zwar Best of Both Worlds Concert. Es ist halt so ein Konzert und das wurde da praktisch gefilmt. Also es ist jetzt auch ein bisschen mehr. Da wurde auch ganz viel Backstage gefilmt. Und es wurde auch richtig schön gemacht. Muss ich sagen. Also mir gefällt der Film eigentlich ganz gut. Weil ich mag die Musik immer noch. Auch wenn sie jetzt nicht die beste Musik aller Zeiten ist. Ich mag es auf jeden Fall. Und diese DVD habe ich auch für 1 Euro auf dem Bazar bekommen. Also von daher. Und dann das letzte hier vom Disney Channel. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht und wie die DVD heißt. Weil die habe ich irgendwo in Italien gekauft. Naja, also ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, wie ich erklären soll, was das für eine DVD ist. Hier sind halt eben diese verschiedenen Serien. Hannah Montana, Raven oder wie auch immer das Geissen hat. Und Hotel Zach und Cody. Und es gibt ja bei diesen Disney Channelen oft so Promo-Auftritte. Zum Beispiel, dass jetzt Hannah Montana bei Zach und Cody mitspielt. Oder Raven für eine Folge auch mal bei Zach und Cody. Oder ja, immer so weiter halt. Und da wurde jetzt praktisch einige Folgen mit diesen Promo-Auftritten auf diese DVD gepackt. Also ich glaube, zuerst kommt Raven ins Hotel von Zach und Cody. In diesem Hotel ist dann auch Hannah Montana. Und später kommen dann Zach und Cody nochmal zu Hannah Montana. Ja, ich denke, so ungefähr war es. Und ich finde die DVD auch sehr schön. Und ich will sie jetzt auch nicht verkaufen. Ja, weil auch da sind halt wieder... Naja, war halt eben meine Kindheit. Und dann geht es hier weiter mit der Shrek-Reihe. Hier haben wir mal den ersten Teil. Shrek, der tollkühne Held. Shrek 2. Und Shrek, der dritte. Das ist jetzt leider eine aufgenommene DVD, deswegen sieht das Cover jetzt auch nicht so schön aus. Naja, auf jeden Fall. Also es gibt eigentlich noch einen vierten Teil, aber den habe ich jetzt nicht. Und den fand ich jetzt auch nicht ganz so gut. Ja, also ich habe früher die Filmreihe geliebt. Mittlerweile finde ich sie auch nicht mehr so super. Am besten finde ich immer noch den zweiten Teil. Ja, aber die anderen beiden sind auch sehr schön. Und dann haben wir eine aufgenommene DVD. Sorry, da ist jetzt kein Cover drauf. Und zwar ist da einmal drin B-Movie und dann auch das doppelte Lottchen. Also B-Movie ist halt auch so ein Animationsfilm. Da geht es halt darum, dass die Menschen immer die Bienen hassen. Aber da gibt es eigentlich gar keinen Grund dafür. Naja, ich mag Bienen trotzdem nicht so wirklich. Na egal. Den Film fand ich jetzt ganz okay. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr geschaut. Aber ich glaube mittlerweile würde er mir jetzt nicht mehr so gefallen. Soppelte Lottchen ist auch so ein Zeichentrickfilm. Und der ist wirklich sehr süß. Den habe ich früher auch ganz oft geschaut. Und den wollte ich mir jetzt eigentlich auch wieder mal ansehen. Habe ich aber bisher noch nicht geschafft. Dann haben wir einen Film, der heißt Monosaurus, das geheimnisvolle Einhorn. Ja, der wird jetzt eher unbekannt sein. Und zwar habe ich den aus dem Ponyclub. Ja, ich war nämlich früher im Ponyclub. Und da hat man quasi so jeden Monat, glaube ich, so ein Paket bekommen. Und da waren halt einfach so ganz viele Sachen mit Pferden drin. So Figuren oder auch so Filme. Und einfach alles mögliche, was mit Pferden zu tun hatte, war da drin. Ja, also im Ponyclub bin ich natürlich schon seit Jahren nicht mehr. Aber die Filme habe ich immer noch. Monosaurus fand ich eigentlich ganz schön. Da geht es halt um dieses Mädchen. Und die reitet halt natürlich sehr gerne. Ja, was will mir noch anderes erwarten? Und sie fällt aber eines Tages vom Pferd. Und hat dann plötzlich totale Angst vor Pferden. Ja, das geht halt auch so ein bisschen um Einhörner. Finde ich. Eigentlich auch sehr schön. Ist jetzt aber nicht der beste Film, den ich jemals gesehen habe. Dann haben wir hier Bibi Blocksberg. Vielleicht habt ihr es ja mitgekriegt. Ich war früher ein sehr großer Bibi Blocksberg und Bibi und Tina Fan. Und ja, das hier ist eben der deutsche Realfilm. Der erfolgreichste deutsche Kinofilm 2002, sehe ich hier gerade. Naja, finde ich auch ganz okay. Deutsche Produktionen sind ja jetzt meistens nicht ganz so super. Aber der ist eigentlich schon ganz schön. Und ich habe den früher auch sehr gerne gemocht. Und dann geht es hier weiter mit dem zweiten Ponyclub-Film. Und zwar heißt der verrückt nach Pferden. Den fand ich eigentlich sogar noch cooler als Monocerest. Da geht es nämlich um diese drei Kinder. Und die wollen unbedingt mal nach Nevada, um Wildpferde zu sehen. Und deswegen schmuggeln sie sich einfach mal in das Auto von ihrem großen Bruder. Und dann nimmt sie dann halt eben ungewollt mit nach Nevada. Und dort verlaufen sie sich dann plötzlich in der Wüste. Naja, finde ich eigentlich auch ein sehr schöner Film. Habe ich aber auch schon eben länger nicht mehr geschaut. Und das sollte ich mal wieder tun. Dann haben wir wieder eine aufgenommene DVD. Flutsch und weg. Den Film habe ich früher schon öfters mal geschaut. Aber mittlerweile kann ich mich daran eigentlich nicht mehr so wirklich erinnern. Und dann, naja, ich glaube aber jetzt nicht, dass der Film so toll war. Weil sonst würde ich mir das, sonst würde ich das glaube ich immer noch wissen, um was da überhaupt gegangen ist. Dann habe ich hier den Film Knut und seine Freunde. Das ist quasi so eine Dokumentation über Knut und auch über andere kleine Bären. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr schön. Ist zuckersüß. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich den Film richtig süß fand. Dann hier Katzenbaby Story DVD sieht ein bisschen demoliert aus. Das habe ich auch irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft. Und da sieht man halt einfach nur so ein paar Aufnahmen von Katzenbaby. Das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil da im Hintergrund auch nichts gesagt wurde. Man hat einfach nur die Aufnahmen gesehen mit Musik. Naja, fand ich jetzt wie schon gesagt ein bisschen enttäuschend, aber ist trotzdem sehr süß. Und schnell verkaufen kann ich sowieso nicht mehr so wie der Film aussieht. Und dann hier Weihnachten mit Astrid Lindgren und da hinten fällt schon wieder alles um. Ja, da sind halt so ein paar Folgen drauf. Und Pippi Langstrumpf von Michel Auserneberger und so weiter halt. Ja, es sind halt Weihnachtsfolgen. Und ich finde das sehr schön, denn ich habe Michel Auserneberger früher auch sehr gerne geguckt. Und wir gucken das eigentlich immer zu Weihnachten. Und Pippi Langstrumpf habe ich damals auch sehr gerne gemocht. Ja, und deswegen finde ich es halt schön, dass ich hier so ein paar Folgen dieser coolen Kinderserien auf DVD habe. Dann geht es hier weiter mit einer weiteren Serie, und zwar Lassie. Ja, die Serie ist schon etwas sehr älter. Denn die ist auch noch schwarz-weiß, wie man hier schon sieht. Ja, also als Kind habe ich die Serie irgendwie ziemlich gerne geschaut. Mittlerweile habe ich sie schon ewig nicht mehr geschaut. Aber ich glaube, sie war eigentlich ganz schön, ja. Und dann kommen wir zu meinen Barbie-Filmen. Ja, ich habe als Kind natürlich wie ziemlich viele Mädchen sehr gerne Barbie-Filme geschaut. Aber, also so richtig gekaufte DVDs habe ich ja eigentlich nur den hier, der geheimnisvolle Pegasus. Das war auch damals mein absoluter Lieblings-Barbie-Film. Und da hinten fällt schon wieder alles um, was ist denn hier los? Egal. Auf jeden Fall war das früher mein Lieblings-Barbie-Film. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum. So toll fand ich den gar nicht mittlerweile. Also so toll finde ich den mittlerweile gar nicht mehr. Aber, naja, früher habe ich ihn eben super gefunden, weil es ging um Pferde, um fliegende Pferde. Und ja, naja. Ist auf jeden Fall ganz schön. Ich habe mir den auch erstmal wieder angeschaut. Einfach wegen Nostalgie und so. Ist auch übrigens in 3D. Fand ich, das fand ich immer früher. Das fand ich so cool, dass dieser Film in 3D ist. Also da waren halt so 3D-Brillen dabei. Und dann haben wir noch so ein paar Barbie-Filme. Barbie Rapunzel, Barbie die Prinzessin und das Dorfmädchen. Prinzessin der Tierinsel. Hier wieder so ein... Ja, sorry, da sind wieder keine Cover drauf. Modezauber in Paris und Spungebob der Film. Also Spungebob habe ich früher auch extrem gerne geschaut. Aber mittlerweile finde ich es ein bisschen bescheuert. Aber ich habe das auch schon so lange nicht mehr gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ja, und dann haben wir hier noch ein paar Barbie-Filme. Hier einmal, ups, das schaut ein bisschen demoliert aus. Barbie die Möcki des Regenbogens und Barbie und das Demandschloss. Und Oh du Schreckliche. Ja, Oh du Schreckliche. Das war auch so ein kleiner Weihnachtskurzfilm von Shrek. Fand ich auch ganz gut, aber habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und dann haben wir hier Barbie-Media. Hier sehe ich gerade noch Barbie-Mariposa. Mit gar keiner Hülle, leider. Barbie die zwölf tanzenden Prinzessinnen. Barbie-Schwanensee. Und dann noch Barbie und der Nussknacker. Ach ja, die Barbie-Filme sind schon sehr süß, auch wenn sie kitschig sind. Die neueren finde ich mittlerweile richtig scheiße, weil es einfach nur noch um Glitzer geht und es ist einfach nur ausgelutscht. Aber die alten Barbie-Filme, so mit den Märchenadaptionen, sorry, finde ich eigentlich schon sehr schön. Ach ja, am besten finde ich übrigens von allen Barbie-Filmen Barbie, die Prinzessin und das Dorfmädchen, weil es ist einfach eine sehr wunderschöne Geschichte. Und dann habe ich hier noch der gestiefelte Kater. Aber jetzt nicht das, was ihr denkt, sondern es ist einfach so eine DVD mit so ganz alten, naja, so kleinen Cartoons mehr oder weniger. Die hier sind noch drauf. Naja, also die DVD habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Aber ich fand sie früher sehr schön, auch wenn die Cartoons jetzt wirklich sehr alt sind und ich habe auch keine Ahnung, von welchem Studio die sind. Es sind auf jeden Fall so alte amerikanische Cartoons für Kinder. Ja, finde ich ganz niedlich. Und ich wollte mir die DVD einfach mal behalten, weil die kleinen Filmchen sind wirklich sehr süß und die haben auch ganz viel Charme. Und dann, oh Gott, die Glücksbärchis. Ja. Naja, ich habe die früher auch sehr gerne geschaut, obwohl ich eigentlich nur so zwei DVDs davon hatte, mit so ein paar Folgen. Aber ich habe es trotzdem geliebt und immer wieder angeschaut. Ja, angeschaut habe ich es jetzt eigentlich schon lang nicht mehr, aber wie bei vielen anderen DVDs hier auch. Aber ich fand es damals sehr süß und auch wenn es kitschig ist, ich mag die Serie irgendwie. Ja, und dann habe ich hier noch so ein... Was ist das hier? Spongebob. Gab es mal bei McDonalds. Da waren nicht einfach so zwei neue Spongebob-Folgen drauf. Aber dazu habe ich mich ja vorher schon geäußert. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, denn hier ist alles leer. Und das bedeutet, wir sind am Ende des Videos angekommen. Und dann bedanke ich mich dafür, dass ihr das Video angeschaut habt. Wie immer würde ich mich über Feedback in den Kommentaren freuen. Und verzeiht mir bitte, dass ich hier so viele Schnitte drin habe. Naja, und dann würde ich mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.